Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschott. Du hast einen leichten Hauch von Chefsekretärin. Also einen leichten, also einen sympathischen, einen Du-kannst-das-dir-leisten-Hauch. Hallo Steffen, ich will dir gerade mal die Termine kurz vorlesen. Du hast nachher eine Besprechung mit dem Dr. Bröcker. Könnte ich auch, ich glaube es kann ich auch. Könnte ich auch, als hätte ich es erfunden. Hase, Kamera läuft, Ton läuft. Ist es dein Podcast? Ja, stimmt. Dann ein herzliches Willkommen bei Schmetterlinge im Kopf. Bei Schmetterlinge im Kopf in Kooperation mit Abseits-Fußball-Podcast. Mit Steffen Hertlein und dem Herrn Baden und vielen, 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 vielen anderen tollen Gästen. Fantastischen Gästen. Bitte Applaus, meine Damen und Herren. Ich habe die Ehre, ich habe es wieder, mich auf die Gästeliste hochgeschlafen. Bitte Applaus für den CEO dieses Podcasts, der sich schon wieder diesen Podcast schön säuft bei diesen Temperaturen. Bitte Applaus für Joachim Letschert. Ja, ja, vielen Dank, aber schön säuft gar nicht. Das ist ein schöner Rosé. Ah, schau. Mit ein paar Eiswürfelchen drin, macht man eigentlich nicht, weil der Wein dann zum Schluss so ein bisschen verwässert ist. Aber du hast dich hier im Gerippten, nee, im Kognak-Schwenker, nee, was ist denn das? Im Kognak-Schwenker, ja. Ich bin, ich habe mir irgendwie angewöhnt, ich weiß auch gar nicht genau warum, den weiß man immer aus so, ja, vermeintlichen Otto-Normal-Verbraucher-Gläsern zu trinken. Ich trinke tatsächlich selten Wein, also wenn ich ihn selbst quasi verschütte oder entschütte, dann trinke ich ihn selten aus Weingläsern, sondern... Hase dann aber aus der Ferne, oder? Cheers. Ja, aus der Ferne. Das ist ein ganz zweites. So. Ach, guck. Ach, zum Wohl. Bei den Temperaturen braucht man ein bisschen... Alkohol. Flüssigkeit. Ja, wenn wir beim Thema Nummer eins, geht es dir auch auf die Nerven? Ja. Also nicht die Hitze. Nicht die Hitze. Die Wahrscheinlichkeit, welches Thema auch immer, ja. Ja, die Hitze ist ja, also gegen die Hitze kann man ja nichts machen, aber ich warte drauf, dass die ARD einen Brennpunkt bringt. Meine Damen und Herren, und Mediziner raten, wenn Sie die Haustür öffnen und nach draußen gehen, setzen Sie ein Bein vor das andere, sonst fallen Sie nämlich hin. Vergessen Sie das Atmen nicht. Das ist ganz wichtig. Das Atmen dürfen Sie nicht vergessen. Gerade ältere Menschen neigen dazu, die Atmung zu verlangsamen und deshalb weniger Sauerstoff in den Körper zu bringen. Und deshalb empfehle ich auch, dass man auf jeden Fall das Atmen nicht vergessen sollte. Das ist aber ja für Corona, gut. Also sag mal, oder? Aber gab es nicht schon bei... Verbesser mich, wenn ich mich über... Gab es nicht schon bei RTL und Sat.1 einen Brennpunkt? Ich glaube, es gab schon einen Hitzewelle-Brennpunkt, ja. Bei ARD gab es einen. Ja, ehrlich. Ich habe ihn nicht geschaut, aber es gab ihn. Und da zwackeln sich dann ja Moderatorinnen oder Moderatoren, Moderierende ab, eine Viertelstunde mit Scheißdreck zu füllen. Dasselbe gilt übrigens auch für den Ukraine-Krieg, der nicht Scheißdreck ist. Aber es gibt einfach dort nie so schnell was Neues. Und deshalb wird immer wieder redundant alles wiederholt, alles wiederholt. Da wird hier einer zugeschaltet, da einer zugeschaltet, Medizinerinnen, Ärzte. Jeder redet, dass der bei Hitze nicht schwitzen soll. Das ist doch so erstaunlich, weil wenn du dann die FAZ aufschlägst, hast du das Gefühl, naja gut, also hier und da gibt es ja nochmal andere Themen. Aber irgendwie ist das in den Redaktionskonferenzen teils noch nicht angekommen. Ich hatte nämlich genau diese Erfahrung mit den Tagesthemen die Woche. Da ging es zum 14. Mal um die Hitze und du hattest wirklich das Gefühl, okay, also für Zuschauer, die diese Sendung, also die Tagesthemen regelmäßig verfolgen, musst du natürlich versuchen, ein bisschen andere Farben reinzubringen. Und dann ging es plötzlich um Bauer Otto und der Bericht fängt an mit Krrk, Krrk, Krrk. Und du denkst, was ist dann jetzt? Was hat er denn jetzt? Das ist der trockene Boden, über den Bauer Otto gerade läuft. Du sagst, ach schau, jetzt erklär mir das akustisch. Komm mal hier, guck mal da. Und das ist halt dann schon so ein bisschen, wo du denkst, eieiei. Ja, und dann lernt man jetzt ja auch wieder ganz neue Begriffe aus der Akrikultur, sagt man, glaube ich, Akrokultur. Jetzt fällt mir aber leider nicht ein und zwar Ehren, also Weizenkörner oder Getreidekörner, die innen hohl sind, weil es eben so trocken ist. Die nennt man irgendwie, aber ich habe es schon wieder vergessen. Die nennt man Mangeleere oder irgendwie so. Also kurzum, und ich erinnere mich, wir hatten 2003, hatten wir ja schon mal so einen irrsinnigen Sommer, der drei Monate, glaube ich, oder zwei Monate, der ging irrsinnig lang. Und man hat genauso geschwitzt. Ich weiß nicht, ob es da auch so viele Brennpunkte gab, aber... Aber ist es bei 37 Grad nicht doch noch ein relativ normaler Sommer? Also ist doch, im Sommer ist es halt einfach warm. Also es sind jetzt keine 48 Grad und du denkst, sobald du irgendwie draußen nicht bewegst, fängt die Haut an zu kokeln. Und es ist halt warm, aber das haben wir doch. Und wenn es irgendwie, wenn es die 30 Grad überschreitet, sagen alle, oh, ich fand da aus, es ist gar kein Sommer hier. Wie du das machst, machst du es falsch. Nee, dann sagt man, wir haben überhaupt keine Mitte mehr. Ist es wieder kalt oder ist es heiß? Also einfach so ein schöner Durchschnitt, wo du denkst, ja, ja gut. Also, ja, also es war so ein bisschen wie dieses, also ich verstehe auch die Redaktionen und die sitzen da beisammen und sagen, okay, wir müssen irgendwie, müssen wir die Zeit füllen. Aber es war so ein bisschen wie der 412. Corona-Brennpunkt, wo du sagst, ja, jetzt geht es wirklich in die ländlichen Praxen, wo du sagst, ja, jetzt fangen sie wirklich jeden ab, der bei drei nicht auf dem Baum ist und der muss irgendwas ins Mikro sappeln, wo du denkst, jetzt lass doch die Leute in Ruhe. Also, ich weiß noch gar nicht mal, was ich sagen soll. Und die Maske und jetzt keine Maske und dann doch wieder die Maske. Boah. Also, wobei Bauer Otto hat mich mit seinem trockenen Boden wirklich berührt. Bauer Otto? Ja. Geiler Typ. Ja, also ich kann es nicht mehr hören und ich finde es auch, ich finde es auch einigermaßen einfallslos, immer wieder dieselben Themen zu bringen. Und wie du sagst, wenn man mal in seriöse Zeit, ich meine, nicht, dass die Tagesthemen jetzt nicht seriös seien, aber. Herr Letcher, noch ein Rosé für Sie? Ach ja, da spielt es mir gerade ein bisschen auf. Aber wenn man mal in Zeitungen guckt, dann sieht man doch, es gibt noch irgendwie andere Themen. Was ich dann wiederum wirklich sehr schade finde, jetzt habe ich bei der FAZ, bin ich ja FAZ Plus Leser quasi. Du ja auch, glaube ich. Ja, ich habe noch aus alten Zeiten quasi mein FAZ Plus. Also, ich kann quasi alles lesen. Was mir aber auffällt. Story of Meincom. Ja, und da ist die FAZ ja doch aber auch noch einigermaßen, wie soll ich sagen, noch einigermaßen gnädig. Die meisten Artikel der FAZ sind ohne Bezahlschranke. Was ich sehr schade finde, beim Spiegel hast du eigentlich nur noch Bezahlschranke. Also, ich verstehe es um Himmels Willen. Bei der Welt willst du gar nicht hinter die Bezahlschranke. Also, bei der Bild, weil der Bild halt auch nicht. Aber was ich halt schön fände, ich habe doch immer mal, bei der Zeit finde ich immer schöne Sachen, bei der Welt gibt es immer was Spannendes, beim Spiegel gibt es immer was Spannendes. Und was ich sehr schade finde, und ich habe es angefragt, warum sich die großen Verlage nicht zusammentun und sagen, komm, wir bündeln das in einem Service. Da kannst du dir ein 10-Euro-Guthaben drauf schaffen und dann bekommst du so einen Artikel für 99 Cent zu lesen. Nee, machen die aber nicht. Also, die Zeit hat mir gleich geschrieben, ja, könnte man, aber da sehe ich jetzt keine Chance, dass man es macht. Und so bin ich halt bei keinem, weil ich kann mich nicht entscheiden, weil ich habe immer wieder mal überall einen ganz guten Artikel. Aber ich würde mir jetzt nicht bei fünf Zeitungen für 9 Euro eben pro Monat oder 19 Euro einen Account zulegen. Aber quasi wie so ein Netflix für Printmedien, meinst du? Naja, Entschuldigung, du kannst auf den gängigen Plattformen, also jetzt hat man ja heute meistens Streaming-Dienst und kann alles hören für 19 Euro. Aber da kriegst du halt auch auf jedem Streaming-Dienst jede Musik. Also, sie haben quasi ja alle die gleichen Lieder. Und ich verstehe auch nicht, man kann ja, wenn ich mir irgendwo bei iTunes oder bei Amazon oder wo auch immer ein Lied kaufen will, dann kann ich das für 1,99 machen. Also, es funktioniert ja. Ich verstehe nicht, warum die... Weil du, glaube ich, da nochmal den Unterschied hast zwischen, also was Spotify anbietet, kannst du ja auf der ganzen Welt präsentieren. Und das wäre ja dann wirklich nochmal speziell für den deutschen Markt. Das heißt, es wäre die Frage, also generell, ob Nachrichten konsumieren noch so hip ist bei den Leuten, ob die das überhaupt noch interessiert oder ob die sich abends, wenn überhaupt, irgendwie RTL aktuell reinpfeffern. Und du hast das dann natürlich nur für den Deutschsprachigen auch. Das heißt, du könntest quasi nur Deutschland, Österreich, Schweiz und ein bisschen Mallorca noch abdecken. Naja, aber sie könnten ja auch so ein Mikropayment machen. Sie könnten ja sagen, sie könnten ja sagen, für 1,99 Cent, hier leg dir einen Account an, gib eine Zahlungsmethode, PayPal, Kreditkarte, was auch immer an. Und dann kannst du eben, dann ist der Artikel halt, oder für 1,99, dann ist der Artikel halt teurer, als wenn du ein Abo für 19 Euro kaufst. Also mir verlieren sie einen Kunden und kriegen einen Kunden. Ja, oder du machst halt so, dass du sagst, davon gibt es ja auch genug Köpfe, die sagen, ich gucke mir das erst gar nicht an und ich besudel mich den ganzen Tag mit TikTok und Laila, weil ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Also du bist ja schon melancholisch bis depressiv, wenn du dir die Nachrichten anguckst oder wenn du dann mal so ein paar Tage am Stück die Zeitung durchliest, da denkst du ja schon, oh la la. Ja, das stimmt, aber jetzt gerade die Zeit zum Beispiel, die haben auch immer ganz unabhängige Themen, also beispielsweise über neue medizinische Methoden oder Psychologie oder sowas. Wobei die im Print, die kostet ja im Print irgendwie 6,90 Euro oder irgendwas oder 5,40 Euro, also ist arschteuer. Ich wollte sie mir letztens mal wieder kaufen und dachte aber, boah, also da brauchst du aber schon ein gerichtiges Einkommen. Da kriegt man schon, da kriegt man schon ein schönes Schweineschnitzel, ne, von der B-Ware, gut, B-Ware. Ja, ja, genau. Und hacken halt schon auch immer, oder? Selbst ist von ja, selbst ist von ja. Ja, und da kann ich im Übrigen berichten, es war ja Christopher Street Day in Frankfurt. Ich wollte, danke schön, dass du diese Tür aufmachst. Wie war es denn, Hase, wie war es denn? Also ich fand es sehr schön, weil ich hatte ja nichts zu tun und dachte, naja, ich komme in der Welt vom Frauenholz. Ja, bitte, 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 Christoph, I love you. Ja, du bist schon ganz okay. So, du bist okay, ich bin okay. L-O-B-E-V. Ne, ich habe mich sehr, sehr amüsiert und was ich sagen wollte, es gab im Backstage, gab es nur vegan. Ach, da schau. Und es war super lecker. Es war wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Hättest du das anders vermutet? Naja, gut, ich sage es mal so. Warum stotterst du jetzt? Es gab, ja, ich hätte es anders vermutet, gerade so die Tofu-Fraktion. Man sagt ja auch, Schnitzel ist ein schöner Tofu-Ersatz. Zu Recht. Sag mal das so. Aber die hatten wirklich sehr leckere Sachen. Die hatten, also jetzt so Cevap-Ci-Ci und Hamburger und, na gut, Falafel esse ich sowieso gern. Leckere Salate. Also haben sie sich mit dem Metzger verstritten oder? Nö, das war einfach mal. Bewusste Entscheidung. Ja, eine bewusste Entscheidung, genau. Ja, also war sehr schön. Naja, und der CSD selbst ist, ja, ist halt CSD. Ich war nie vorn, also vor der Bühne, weil da gefällt es mir nicht. Aber da hat es mir noch nie gefallen. Das ist dann Samstags ist da viel los und Leute betrunken und da liegt Müll rum ohne Ende. Und so Sachen. Und ich habe aber viel Freunde getroffen und das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Aber ist denn der CSD mehr Party oder mehr Demo oder mehr Politikum oder geht es eigentlich darum gar nicht? Sondern jeder kann das so sehen und so interpretieren, wie er es für richtig empfindet. Genau. Also jeder kann, es gibt ja eine große Bühne und es gibt nochmal in der sogenannten Infostraße eine kleine Bühne oder eine Kulturbühne. Und auf der großen Bühne ist samstags bis nachmittags eigentlich immer Diskussion und Kultur und Interviews und so. Und auf der kleinen Bühne ist im Gegensatz dazu auch mal so Drag Queen und Stöckelschuh Wettlauf. Das ist sehr gemischt, aber die Programme sind überall ausgelegt. Und wenn du sagst, ich will eigentlich keine Musik hören, sondern ich will Leute treffen und will Diskussionen hören und du zwischen den beiden Bühnen wechselst, dann kannst du eigentlich den ganzen CSD bestreiten mit Wortbeiträgen. Also das muss man nicht. Und ich finde das Schöne ist aber auch genau diese Mischung, weil ich meine, man sollte ja zumindest vermuten, dass die queere Community, der queeren Community nichts erklären muss. Also dass da jeder im Grunde im Bilde ist über die Dinge, die man so will. Und insofern ist es ja eigentlich das Ziel, nicht queere Leute, also heterosexuelle oder solche, die da nicht interessiert sind. Finde ich, mit auf den Platz zu holen. Und das macht man mit so einer Mischung, finde ich, ganz gut. Es war zum Beispiel Mia als Haupteck, die war sehr cool. Hatte ich gesehen, gar nicht schlecht. Also die trifft ja fast jeden Ton. Also war auf jeden Fall... Ja. Also ist ein gewisses Talent. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Sound check, sound check, hey. Nee, es ist schon auftritt, es ist schon auftritt. Achso, sorry. Das sind jetzt schon Leute. Also wenn sie so weitermacht... Sie hat das Talent für die DSDS-Jury. Das muss man ja, also da ist... Hat sie? Ja, hat sie. Sie war auch schon mal dort, ja. In der DSDS-Jury? Ja, ja, ich glaube schon. Was, Mia? Ich glaube, Mia war in Staffel 412 neben Dieter Bohlen irgendeinem durchgebumsten, durchgerittenen Musikproduzenten und irgendeiner... Dieter Bohlen, ja. Ja, und irgendeiner wahrscheinlich holländischen Moderatorin irgendwie auch in der Jury und hat sich da ganz, ganz tapfer geschlagen. Ja, aber was ist denn da... Ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen peripheren bekommen, ich glaube, ihr hattet das auch bei Knallem alt thematisiert, mit Angriff auf Drag-Queen. Ich lese es die ganze Zeit nur so nebenbei bei Hessenschau. Es gab Angriffe in Frankfurt auf Drag-Queens, ist das richtig? Ja, nicht nur auf Drag-Queens, sondern es wurde auch ein nicht-kostümierter, will ich jetzt mal sagen, Angegriff und Kiefer gebrochen. Über die Angreifer weiß man nichts. Das ist aber, glaube ich, auch eine Besonderheit der queeren Szene, dass, also wenn man über die Angreifer nichts weiß, dann sind sie meistens aus einem Milieu, das die Linken nicht nennen wollen, weil es sonst Rassismus vermuten. Aber das weiß man, wie gesagt, nicht. Das scheuen ja die Linksqueeren wie der Teufel des Weihwassers, also Tätergruppen zu benennen. Ich kann sie auch nicht benennen. Ich weiß aus Berlin, aus eigener Erfahrung im Übrigen, dass dort ganz oft von Menschen mit migrantischen Wurzeln Angriffe gestartet werden. Ich wurde da also auch schon verbal attackiert, und zwar des Öfteren. Nennen wir das Kind beim Namen, sind Türken oder Marokkaner, Tunesier, so die Ecke wahrscheinlich. Ja, südländische, hätte ich jetzt gesagt. Kann man doch wissen. Es gibt da manche, die sind besiegt gehabt. Und das ist, unter all den vielen Menschen aus fremden Ländern ist es eine Minderheit, die das tut. Wie es halt ist mit Minderheiten, die auffallen, die werden plötzlich als Mehrheiten wahrgenommen. Ich finde nur, es bringt wenig zu sagen, ja, das ist rassistisch, wenn man jetzt sagt, dass das vorwiegend Nordafrikaner sind. Ich finde das nicht rassistisch. Ich finde, man muss die Dinge beim Namen benennen. Denn nur dann kann ich ja auch sagen, okay, wie kommen wir denn in die Gruppen mal so rein? Also wie können wir denn diese Gruppen irgendwie mal in einen Dialog bringen? Wie können wir denn vielleicht in Moscheen oder weiß der Geier da mal vorsprechen und können mal miteinander reden? Aber wenn ich immer sage, das darf man nicht sagen und die Polizei darf da jetzt auch nicht nachgucken, sondern die soll auch 80-jährige weiße Omas kontrollieren, weil die könnten ja auch TäterInnen sein. Ich finde das immer so ein bisschen auch schräg, weil ich bin ja mit den Jungs wirklich groß geworden. Also ich bin international groß geworden mit Marokkanern und Tunesien. Und ich weiß nur aus der Erfahrung heraus, dass die sich selbst immer wundern, wie der Deutsche mit dieser Problematik umgeht, weil die machen daraus, der Deutsche macht daraus eine Problematik, die eigentlich gar nicht besteht, weil der Deutsche einfach das Kind nicht beim Namen nennt. Also du kannst es ja, das hat ja nichts mit Rechtsradikalismus zu tun, wenn ich sage, naja, da gibt es ein paar Verkappte, die haben da Schwierigkeiten und die fühlen sich ein bisschen zu sehr zu Hause. Also und natürlich muss man da strafrechtig vorgehen, aber wenn dann die Linken ankommen und sagen, man darf das nicht, wo du sagst, oh Leute, jetzt mal ein bisschen, also dreh es um und mach es umgekehrt und stell dir vor, irgendwie drei Deutsche kämen aus der Kneipe und würden Marokkaner zusammen prügeln, dann hast du aber Lichterkette. So, das ist einfach so. Also das muss man da ein bisschen, aber es geht jetzt nicht um Begriffe wie Hetze oder sonst irgendwas, aber du kannst das Kind ja beim Namen nennen und sagen, ja, also das ist. Naja, und dann hast du auf der einen Seite wird dann gefordert, es soll durch die Übergriffe jetzt mehr Polizei. Die Linken sagen, es darf auf keinen Fall mehr Polizei, sondern ja, was, die haben eigentlich kein Konzept. Die sehr Linken, die Queer-Linken will ich mal sagen, oh je, wenn das jemand sieht, gibt es Schütze, aber ich bin ja nicht mal auf Facebook, finde ich, sind, das ist eigentlich nur noch Selbstzweck. Da wird nur noch geschaut, wo können wir gegen, wo können wir gegen angehen und Rassismus und dies und das und jenes. Und um es mal deutlich zu sagen, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Tanzfobie etc. Müssen wir uns nicht, müssen wir uns jetzt nicht auf die Fahne schreiben, dass das scheiße ist und dass es das nicht geben darf. Aber man muss, wie gesagt, das Kind ja beim Namen nennen und es liefen zum Beispiel auch vor allem junge Leute mit. Das sind die, die im Übrigen in der Szene nichts machen, die kümmern sich weder um ein CSD, sondern die lassen ihre leeren Weinflaschen liegen und waren dann im Übrigen Hauptkunde im Rotkreuzzelt und mussten dann von den Eltern besoffen abgeholt werden. Das ist auch alles in Ordnung, also das ist ja nicht schlimm. Aber dann mit Schildern rumzulaufen, mit All Cops are Bastards und wir wollen keine Polizei auf dem CSD. Also ich mag auch diese Emotionalität nicht und deshalb mag ich auch gerade so, ich mag es inhaltlich, aber ich mag auch diese Art und Weise der Zelda-Somuncu-Performance nicht zu sagen. Ich glaube, du erreichst mit einem ruhigeren, klügeren, smarteren Ansatz mehr die Leute mit so einem Barack Obama-Style als wie der Somuncu, der sich da selbst nur präsentiert und als schimpft und meckert und im Rahmen der begrenzten Zeit und das irgendwie muss ich jetzt hier irgendwie, also er verkauft den Zuschauern immer als total blöd und dumm und wie kann der sich das nur erlauben, wir können darüber Dinge reden, wie sie sind und dann irgendwie versuchen, da eine gemeinsame Lösung zu finden, aber das fehlt mir gerade. Also die, eine ruhige, ausgewogene politische Debatte, Diskussion ist gerade, das findest du gerade nirgendwo und das ist gerade nervig. Und das wollen, will halt dieses linke Klientel nicht. Mit links meine ich nicht mal nur die Linkspartei, sondern halt eben, mach kaputt, was sich kaputt macht und der Zelda-Somuncu ist ein unfassbar selbstgefälliger, arroganter Typ, ich mag den überhaupt nicht. Sehr, sehr anstrengend. Also seine letzten Auftritte. Der fühlt sich unfassbar toll. Ja, und immer so, also sehr, es hat, also er ist so ein bisschen der personifizierte, ich hab die Weisheit der Welt mit Löffeln gefressen, also es ist nie ein ruhiger Ansatz oder was, ich glaube, diese Meinung könnte, sondern es ist immer dieses, ich stelle mich auf die Bühne und hier ist die Antwort auf all eure Fragen, wo du sagst, ja, also man kann es vielleicht ein bisschen weniger selbstherrlich und ja, wie du es sagst. Also genau, also es ist auf jeden Fall, ja. Und was das Verrückte daran ist, ist, dass die allermeisten auch in der queeren Szene das überhaupt ganz anders sehen, sondern es ist wirklich ein minimaler Teil, der rumschreit und eigentlich einen großen Teil der Gesellschaft tyrannisiert und meine, ich, meine, meine These ist die, dass das irgendwann halt ganz furchtbar zurückkommt, weil die Leute lassen sich das momentan gefallen, weil sie sagen, ich hab einfach keinen Bock auf Shitstorm und ich kann auch im Übrigen nicht mehr hören zu sagen, wenn Leute sagen, ja, man darf ja nicht mehr alles sagen und dann eben Leute kommen, natürlich, du darfst alles sagen. Klar kann man es sagen, wenn man dann den anschließenden Shitstorm ertragen will. Also es gibt ganz viele queere Leute, die sehen das komplett anders und es ist die Mehrheit, die es komplett anders sieht und meine Befürchtung ist einfach nur, dass die queere Szene ihre, wie man sagt, Alliierten, ihre Allies verliert, also die aus der nicht-queeren Szene, die sagen, wir sind da für euch, weil die irgendwann halt, also ich hab das mehrfach auf dem CSD und auch gehört, dass die gesagt haben, echt, mir geht's so auf die Nerven, ich kann das alles nicht mehr hören. Also ich bin wirklich für queere Leute und sollen heiraten, sollen sich Geschlechtsangleichungen, alles machen, aber das ist too much einfach. Also ich guck grad mal auf den Zettel, weil wir haben, ich hätte da noch einiges im Petto und ich möchte anfangen mit eigener TikTok-Kanal, gucke mal hier, Herr Dr. Letschert. Ach so. Auf einmal, ich dachte irgendwie, die App sei verschwunden und zack, da ist sie wieder. Ähm, ja, ich hab mich mal wieder angemeldet dort, weil ich, ähm, weil ich jetzt auf, also weil ich jetzt, ähm, mit meinen Heilpraktiker Psychotherapie, also mit meinen Psychogeschichten da so ein bisschen, äh, rumohren will. Ja, genau. Also das ist der, der einzig Punkt. Gar nicht verkehrt. Ich dachte, ich hatte schon die Hoffnung, du machst Tanzvideos. Oh. Nackt, mit eingeklemmten Penis, dass es so aussieht wie... Das genau hatte ich mir vorgestellt. So, was haben wir denn noch? Äh, wie short sind... Ja. Dr. Dieter Wedel. Oh ja, also jetzt, vor allem schon am, das ist ja schon am 13. gewesen. Ja, hat mich, äh, hat mich, äh, hat mich sehr, sehr gewundert. Leider ist seine Todesursache hinter der Bild-Plus-Schranke. Aber mit 82 stirbt man halt einfach, ne? Irgendwie an irgendwas, wenn man, also wenn's... Ne, also irgendwie hieß es jetzt zuletzt, ich hatte dann, äh, direkt mal gegoogelt, dass er, dass er irgendwie schon seit längerer Zeit krank war und, genau. Also es war scheinbar, aber wie gesagt, ja. Ja, es ist schade, dass er ein bisschen, also seine, seine allergrößten Erfolge liegen ja schon ein paar Tage zurück, aber ich hatte es mir nochmal rausgeschrieben. Also, äh, er hat wirklich für, gerade für die jüngeren Leute, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch irgendwo, kriegt man das im Stream oder so? Oder muss man da für sich so eine alte ZDF-DVD kaufen? Oder VHS-Kass? Bei D-Geto. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also, da musst du... Du meinst so einmal im Leben oder so. Musst du sonntags früh aufstehen, damit du auf irgendwelchen Märkten dann irgendwie guckst, dass du irgendwelche verstaubten VHS-Kassetten noch abkassierst. Da brauchst du noch so einen 4-zu-3-Monitor, was? Hast die Balken rechts und links. Also, und weil du müsstest, ich glaube, allein die Schauspielliste, also wie das damalige Who is Who von, also ich glaube, der Dings war immer dabei, der Marlon Brando, genau, Mario Ardorf, der Ardorf war immer dabei, Heinz Hönig, also da waren ja Kandidaten, also die waren ja wirklich immer dabei. Wir haben... Weronika Ferres macht blau. Martin Semmelrocke! Ich bin aber nicht dieser Meinung. Wer ist er? Also, die Witterpol der Modernen. Ach so! Und ein ganz wichtiges auch, ich glaube, die wurde dann... Ich glaube, die war in dem einen oder anderen Film dabei, als sie jung war. Veronika Ferres. Da kam ich... Heiner Lauterbach? Heiner... Heiner Lauterbach. Heiner Lauterbach. Ja, so ein bisschen. Der Heiner Lauterbach-Blick. Sorry, Podcast, da guckt es euch einfach mal bei YouTubern. Der Heiner Lauterbach, der hat auch immer gleich geguckt. Wir hatten knaller Filme wie Der große Bellheim, Der Schattenmann, König von St. Pauli, Affäre Semmeling. Affäre Semmeling? War das dieses Einmal im Leben? Nee. Das war ja auch die Familie Semmeling, glaube ich, die ihr Haus gebaut. Ich glaube, mich erinnern zu können, das war ja so in meinem Ende der... oder Anfang der 20er. Ich kann, glaube ich, mich erinnern sogar, dass mein Vater das ein oder andere Ding geguckt hat im ZDF damals. Und natürlich auch, er war dann irgendwann Intendant von den Bad Hersfelder Festspielen. Jetzt kommst du. Bis dann die Anklage der Vergewaltigung kam. Dann ist er zurück. Und es war eine Dame, die ihn angeklagt hat oder mehrere? Es waren mehrere und eine, die konkreten Vergewaltigungsvorwurf hat. Das ist natürlich doof. Also er war ja durchaus auch kein Unbekannter, was seinen Furor anging. Und er hat einen letzten großen Vierteiler, glaube ich, gedreht. Und der hieß, wenn ich mich recht entsinne, Gier. Der wird jetzt gar nicht so erwähnt. Da hat unter anderem Ulrich Tukor mitgespielt, ganz hervorragend. Und es gab den Antagonisten, weiß ich nicht mehr, wer den gespielt hat. Aber meinst du, das würde heute noch funktionieren? Meinst du, das würde im Jahre 2022 mit Netflix und Amazon und so... Also, dass man sagt, okay, hallo, Viertel nach acht, ZDF, gib ihm. Oder ist dafür... Naja, gut, wenn du dir... Ich... Wenn du dir heute die... Es wäre ja eine Miniserie heute quasi. Wobei das ja vier Folgen eineinhalb Stunden wären. Da könnte man acht Folgen eine Stunde oder sechs Folgen eine Stunde draus machen. Das wäre heute eine Miniserie. So vom Look and Feel wäre es heute nichts mehr. Also, und vom Storytelling, glaube ich. Ich habe jetzt auf Amazon gerade eine neue deutsche Serie angefangen. Ich glaube, King of Stonk heißt es. Und ein... Da geht es, also alles rein zufällig natürlich, um diese Wirecard-Geschichte. Da heißt natürlich jeder ganz anders. Aha, ja, ja. Und ein Wunder... Bis heute nicht gefunden, der Herr, oder? Bis heute nicht gefunden. Der Marschallek. Ja. Der ist noch nicht... Der Braun sitzt ja... Irgendwo fährt er irgendwie mit der S-Bahn durchgänglich durch Russland. Genau. Und da spielt ein wunder, wunder, wunderbarer Matthias Brandt, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Eine so herrliche Rolle. Einen so exaltierten, völlig durchgekoksten und durchgemudelten Manager-Typ. Es ist wirklich ganz hervorragend. Wo finde ich die Serie? Ja, auf Netflix. Na ja, gut. Das ist ja... Kann man sich ja... Genau. Also, ich meine, Netflix lohnt sich ja schon, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber... Auf Netflix läuft jetzt auch das Prequel oder Sequel von How to Sell Drugs Online. Die haben auch das mit dem King of Stonk, heißt es glaube ich, ich weiß es gar nicht, gemacht. Und in dieser Serie, How to Sell Drugs Online, die lehnt sich ja einen wirklichen Fall an, den es gab, war Bjarne Mädel als so abgefragter Drogendealer. Ja, und über diesen Drogendealer gibt es jetzt eine eigene Serie und da freue ich mich irre drauf. Sehr gerne. Das heißt, der bekommt quasi als Figur dann mal eine eigene Serie, der Bjarne Mädel? Genau. Oh, Blödsinn ist verschwunden. Um Gottes Willen. Aber ich höre dich noch. Jetzt ist er aber wieder da, glaube ich. Ach nee, guck mal. Jetzt mache ich... Oh ja, cool. Oh, lass dir ruhig Zeit mit allem, was du tust. Hallo, hallo, Podcast gab gerade bildtechnische Störungen wie im ZDF Anfang der 20er. Genau. Also auf jeden Fall, werde ich da mal reinschauen. Ich wollte mal fragen, wie war denn eigentlich, noch mal ganz kurz zurück zum CSD, wie war denn eigentlich die Rede im Römer? Die Rede im Römer war ganz hervorragend. Die habe ich tatsächlich auch darauf ausgerichtet, dass ich finde, dass wir uns schlecht verkaufen, weil wir eben nur noch in LGBTQA plus und BIPOC und Flinta reden. Rafft es noch überhaupt irgendjemand? Nee, es rafft ja keiner mehr. Und die hat sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Also es kamen auch viele Stadtverordnete, die ja da waren, auf mich zu und auch viele, viele queere Leute, Lesben, Schwule und haben gesagt, endlich hat es mal jemand gesagt. Aber es war auch wirklich sehr freundlich. Also ich habe jetzt, ich bin ja dafür, also ich bin ja selbst schwul. Aber die Leute... Was? Das sagst du mir. Das sagst du mir. Neun Euro, Ticketabert, Philpöden. Okay. Ich stehe auf deinen Chefsekretärin, Blau. Muss ich gar nicht sagen. Also die... Da geht direkt die Hand zu Brüden. War schön. Also im Römer zu reden, ist halt auch wirklich schön. Ach du. Ja, das heißt, wie lange sitzt du da an der Rede? Wie ist die Inspiration? Was ist das Thema? Oder kannst du da einfach ungefiltert rausballern und denkst dir, fuck you all, jetzt ist eh durch? Nee, ich fange eigentlich so zwei, drei Wochen vorher an und dann habe ich vier Seiten geschrieben mit völlig wirren Texten und dann arbeitet es zwei Wochen und dann in der letzten Woche oder in den letzten Tagen sitze ich jeden Tag dran und pfeile noch ein bisschen. Und dann trage ich sie vor und die Hälfte ist abgelesen und die Hälfte ist ergänzt, je nachdem, wie mir gerade ist. Und das heißt, deine wievieler Rede, deine wievieler Rede im Römer war das jetzt? Es war die zehnte. Wow. Ja und damit jetzt auch die letzte, weil jetzt gibt es ja ein neues Pressesprecher-Team, das auch toll ist und ich durfte aber nochmal. Das hat mich sehr gefreut. Aber hast du da nicht irgendwie einen Punkt, wo du sagst, hm, wäre schon noch oder war das einfach jetzt, dass die Geschichte zu Ende erzählt? Also ich habe mal, ich habe mal alle Reden so mir durchgelesen, mal so quer gelesen, die ich so hatte und da war schon auch viel immer dasselbe, also anders halt erzählt, das Gleiche. Und ich glaube, dass ich für meine, für meinen Geschmack jetzt auch alles gesagt habe, was zu sagen ist. Ganz meine Ehe. Ja. Bitte? Ganz meine Ehe. Was? Ja. Hallo? Was? Hallo? Tess, Tess. Ja. Ja, genau. Richtig. Also es war ganz toll. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und den Dings gibt es auch noch, den Saske. Feldmann, so, wen? Ja. Feldmann. Was? Wie heißt der nochmal, den ich auch mal gekannt habe, den, der auch den CSD mitorganisiert, Fatze, Fatze, Wanze, Fatze, Fitze, Wand. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Pfand. Setzepfand. Ja, sag ich doch. Christian, Setzepfand. Ja, mit dem war ich letztens gerade was, gestern war mal was essen. Ach, das ist auch. Ja, den gibt es auch noch, aber der war jetzt nicht da, der hat dann ja... Ich glaube wirklich, das war einer der, ich glaube damals so mit 16, 17 im Fitnessstudio im Ostern, das war einer der ersten schwulen Männer, die ich kennenlernen durfte und er war quasi mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, verantwortlich dafür, dass mir die vermeintlich heterosexuelle Angst vor einem Schwulmann... Sucks! Sucks, hey! Das habe ich ja durchgenommen. Was? Ne, also es war wirklich, also da, das hat mir echt so die, das war, also der ist da so souverän mit umgegangen, also gar nicht irgendwie mit Zeigefinger, das ist ja irgendwie über 20 Jahre her, also gar nicht mit Zeigefinger, sondern es war einfach völlig in Ordnung, völlig cool, völlig souverän, völlig normal und also es war einfach ein super Klima und hat, also wir waren da so eine kleine Fitnessstudio-Click in so einem kleinen Fitnessstudio, das war damals noch keine Kette, sondern es war so ein Studio im Frankfurter Ostend, wie hieß es, Fit Club oder irgendwas, und der war da wirklich sehr, sehr smooth und hat einem da wirklich, also war, konnte auch über sich selbst lachen, hat auch jeden Spruch irgendwie verkraftet und konnte damit sehr, sehr inspirierend umgehen. Cooler Typ. Ein sehr lockerer Mensch, das stimmt, ja, das stimmt. Wäre perfekt als Gast übrigens für deinen Podcast geeignet. Könnte man mal fragen. Könnte man mal fragen, du, ich kenne ja seine Telefonnummer, ja. Ja, könnte man mal fragen. Hase, hast du noch was, was du, ich hätte noch so viel, was irgendwie... Nee, ich habe auch noch, aber sag du mal. Ich baller jetzt mal raus. Wir kommen zu, ich weiß, ich kann es leider nicht sagen, ob wir es in der letzten Folge hatten, Leila, Leila, dieser Ballermann, was sagen wir denn dazu? Absoluter Schwachsinn, also sowohl das Lied als auch der Umgang damit und eine Frechheit, eine Frechheit vor dem Herrn, dass sich da irgendwelche Politiker erdreisten, Menschen zu verbieten, irgendwas zu hören, das ist eine Frechheit und solche Politiker gehören sofort abgewählt und aus ihrem Amt gejagt. Ich glaube, selten war ein Thema so Sommerloch wie dieses Thema. Also es ist quasi, wenn du ein Sommerloch-Thema hast, dann dieses. Und der Produzent, der Produzent von Leila, der heißt Ika Hüftgold, glaube ich, und ist auch so eine Ballermann-Ikone und der sagt im Interview, ganz ehrlich, dieses Ganze, das ist ein Jackpot für uns. Diese ganze Diskussion ist ein Jackpot, weil plötzlich jeder dieses Lied, du kommst an diesem Lied nicht vorbei, weil überall wird das thematisiert. Also Leila ist für mich ein Zeichen dafür, wie weit weg Politiker von der Welt sind. Das ist für mich Leila, also wie weit diese Idioten wirklich weg sind von... Aber es sollte verboten werden oder im Radio nachts gespielt oder was weiß ich, kriegt es totaler Bullshit. Quatschköpfe, wirklich. Es hätte keinen interessiert, hätte man das irgendwie auf der kleinen, irgendwie spanischen Insel irgendwie vor sich hingespielt, es hätte keinen interessiert und dann entdeckt das irgendein Bildreporter und dann geht es rum wie Corona, wo du denkst, Mann, was ist denn jetzt los? Also völlig, völlig absurd. Davon abgesehen ist das Lied einfach schlecht komponiert und der Text ist bescheuert, aber es ist einfach Ballermann, es ist faszinierend. Na ja, und das ist mir doch egal, wenn es läuft, schalte ich es ab oder ich gehe halt weg oder... Aber das trifft doch auf die meisten Partyhits zu. Ah, und dann hat er... Da gibt es doch eine bayerische Kabarettistin. Ich glaube, das ist die Gesamtkarte. In so einem tollen 50-Sekunden-Spot bei Facebook, die dann sagt, also ganz kurz, ich wollte nur drei Sätze zu diesem Thema sagen, also wenn das irgendwie frauenfeindlich ist und MeToo und was weiß ich was, dann darfst du so viele Songs nicht mehr spielen und dann darfst die Spider-Murphy-Gang mit Skandalen im Sperrbezüge, darfst du nie wieder wegen einer Party spielen, weil da geht es um Nutten und Prostitution. Du sagst, ach Freunde, also das ist ja... Nein, also solche Politiker sollte man auch sofort abwählen und in die Wüste schicken. Die sollen irgendwo beim Aldi Regale einräumen. Das ist ein ehrenwerter Job. Ein völlig ehrenwerter Job. Wir haben schon mit der Kriminalität in Frankfurt, haben wir schon einen Shitstorm heraufbeschworen. Jetzt kommen noch die Regaleinräumer innen. Ich verspreche, ich fahre morgen nach Frankfurt und werde den ersten Marokkaner, Tunesier oder Türken, der mir über den Weg kommt, heiraten, weil dann bin ich schwul. Oh, da noch so... Gut, so ist wie... Ah... Wir haben das Thema, lieber Herr Dr. Letcher, wie schaut es denn aus mit... Ja, ganz kurz, Feldmann. Da ist ja in der Woche... Ist ja einiges... Ja, da grinst es. Da grinst es. Gott, ist der hohl, oder? Entschuldige mich, ich muss es gerade mal sagen, so eine hohle Hupe. Ehrlich. Und das ist das Nächste. Also die einen verbieten Leila und die anderen merken einfach nicht, wann der Zug abgefahren ist. Also wie man so narzisstisch verbrämt sein kann, ist mir ein wirklich, 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 wirkliches Rätsel. Und es geht ja gar nicht darum, ja, wer ist nicht verurteilt und all das. Und das weiß man ja alles nicht und das ist mir auch egal. Also mir nicht egal. Aber wie man so die Zeichen der Zeit nicht sehen kann, ist mir ein echtes Rätsel. Aber dann auch wieder nicht. Ich habe ja ein, zweimal, musste ich mich ja mit ihm treffen. Also glücklicherweise nicht allein, sondern in der Gruppe. Aber es ist ein wirklicher... Der interessiert sich wirklich nur für mich und... Für sich. Für mich nicht. Ach, schau mal. Schau mal. Hallö, jetzt ist es Rätsel. Hallö, Peter, grüß dich. Wie schön, dass wir uns mal wieder sehen. Patsy, Patsy. Ich habe mir heute das TÜV TÜV angezogen. Und nur obenrum. Also wirklich, so ein Lauch. Aber du könntest diesen Song perfekt um dich. Feldmann. Höher, schneller, geiler. Feldmann. Sag, hast du einen hessischen Hit? Also, Patsy Feldmann. Ja, wobei, ich sage mal, ob der Rest der Frankfurter Stadtregierung so toll ist, weiß man. Was sagt denn eigentlich Beppi dazu? Was sagt denn Beppi zu Peter Feldmann? Ach, naja, die SPD hat sich ja nun, was er dazu sagt, weiß ich nicht. Aber die SPD hat sich ja nun auch zumindest gegen seine Bürgermeisterschaft gestellt, weil sie natürlich auch merkt, dass da jetzt kein Fund mehr mitzuholen ist. Und ich glaube, denen wäre es schon allen sehr lieb. Er muss ja diese Woche sich äußern, nachdem er jetzt abgewählt wurde. Ihnen wäre es schon allen lieb, wenn er sagen würde, ich gehe. Aber der sitzt es aus und er wird gewinnen. Also, es wird ein Führersieg sein auf jeden Fall, weil ich glaube, er wird die nächsten zwei Jahre keinen Spaß haben. Also, die Presse hat sich auf ihn eingeschossen. Und das verstehe ich halt auch nicht, weil, also, es gibt ja so Leute, dazu gehören Aktivisten aller Art. Und eben auch Peter Feldmann. Die ziehen, glaube ich, ihre Energie daraus, nicht gemocht zu werden. Das ist so deren, da wixen die drauf abends. Das ist wie so ein fiege Charakter beim Wrestling, so ein Bösewicht beim Wrestling. Je mehr so buhend, desto... Geil, dreimal schon gekommen, du. Ja. Nochmal ein Buh. Ja. Aber was genau passiert jetzt mit dem Feldmann? Also, was ist jetzt der nächste Step, der ansteht? Wenn er nicht, wenn er sagt, ich gehe nicht, dann muss, dann muss, müssen 30 Prozent der wahlberechtigten Frankfurterinnen und Frankfurter müssen sagen, wir wollen ihn nicht mehr und das schaffen die nicht. Außer, außer... Ach stimmt, es geht ja keiner zur Wahl. Also, es geht ja keiner, der hat ja keiner... November wird er abgestimmt. Außer, ich sage jetzt mal, die Presse schießt sich so auf ihn ein, dass die eine richtige Kampagne starten und die Leute sagen, dir zeige ich. Aber das glaube ich nicht. Da hat er, das bockt den, glaube ich, auch nicht. Also... Ne. Und dann, wenn er nicht abgewählt wird, dann sagt er, ah, sehen Sie, die Leute mögen mich noch. Ah. Jetzt haben hier die Flugbegleiterinnen, haben gesagt, da habe ich direkt, die haben direkt, habe ich gemerkt, mein Blut in Ballon gebracht. Ich gleiche mal einen Steifen. Du bist so ekelhaft, Alter Mann, du bist so ekelhaft. Komplett... Das könnten deine... Naja, nee, nicht du. Aber er? Ja, Summer. Ne, also... Flugbegleiterinnen, Ringen, Rinnen... Das fängt man, das können deine Töchter sein, die haben direkt meinen... Was hat nicht Blut in Ballon gebracht, sondern meine... Mein Hormonspiegel außer Gefecht gesetzt. Ohaah! Das ist komplett ekelhaft. Der Typ ist komplett durch. Und dann den Pokal angedatscht und du siehst nur Rode und Klasse. Was macht der denn? Wieso nimmt der uns diesen Pokal jetzt? Ich liebe mich selbst so sehr. Ah, ich gehe jetzt mal und... Ich lese jetzt mal die L vor, der Frankfurt-Eintracht, Hasibi. Hasabi. Hasabi, wo kommt der denn her? Wer ist denn... Kennt jemand Hasibi? Hat jemand Hasibi gesehen? Hasabi, hörst du an wie diese scharfe Paste, die sehen dich. Die jungen Flugbegleiterinnen, die meine Hormone in Ballung bringen. Ah, furchtbar. Da wird mir ja die Unterhose zu eng hier. Da ziehst du mir einmal ein Schlimmer hoch. Ja, tut das bitte. Ich hätte noch im Angebot... Was hätte ich denn noch? Alan Musk Musk und Twitter. Das ist ja fast schon ein Wirtschaftsskandal. Alan Musk Musk aufgrund von vielen Fake-Accounts, die Twitter bei der Übernahme nicht ordentlich deklariert hat, sagt, Alan Musk Musk, ich möchte das nicht und ich trete vom Kauf zurück. Dann sagt Twitter, liebes Freundchen, so geht das nicht. Ja, was sagen wir denn dazu? Wer übernimmt die Rolle, wenn es verfilmt wird? Na ja, Alan Musk ist das gute Beispiel eines Turbokapitalisten, von dem ja alle so irrsinnig begeistert sind, weil er sich nie an Regeln hält. Da sieht man mal, wie dumm die Welt geworden ist, weil Regeln halten die Welt zusammen. Das merken natürlich Leute mit dem IQ unter 100 nicht, weil die halt per se keine Regeln haben, weil die sich auch nicht an welche halten müssen, weil... Naja, also das war jetzt gemein. Das ziehe ich auch zurück, aber... Ja, Ayaba ist schon... Affenarsch, sorry. Also, das ist so eine klare Strategie. Der ist halt so frisch, der Typ. Das ist der reichste Mann der ganzen Welt. Dem kann halt auch überhaupt nichts passieren. Der hat irgendwie... 300. 300 Milliarden. Milliarden, ja. Drittel Billionen. Oh, jetzt kommst du. Ein Drittel Billionen, ja, ja. Ja, es ist dann natürlich schade, wenn du keinen im Umfeld hast, der die Eier hat, zu sagen, mir ist es egal, wie viel Kohle du hast, aber du bist trotzdem gerade ein Wichser und verhältst dich aber scheiße. Also, du kannst schwängern, wenn du willst und kannst machen, was du willst, aber benimm dich mal ein bisschen und halt dein Wort, wenn du den Laden kaufen willst. Also, aber ich glaube, wie, in welcher Sphäre schwebst du, wenn du 300 Milliarden Euro im Konto hast, das ist natürlich schon gerade... Du weißt einfach, du kannst dir einfach diesen scheiß Planeten kaufen. Genau. Du kannst einfach alles kaufen. Du kannst McDonalds kaufen. Du kannst einfach Twitter kaufen, eines der krassesten Unternehmen auf diesem Planeten und du stehst morgens auf und sagst, ich kaufe heute Twitter. Das ist ja schon abgefahren. Also, das ist ja schon verrückt. Und dann gehört so ein Dienst, ehrlich gesagt, nicht in die Hände von so einem Idioten. Also, das muss man ja auch mal ganz klar sehen. Und man hat sich ja gefragt, wie kann das sein, dass er Trump gut findet? Ja, weil er halt genauso ist. Er macht sich die Regeln, wie er will. Er meint, er kann das auch. Und im Grunde müsste dem mal richtig einer die Fresse verkloppen. Also, jetzt vielleicht nicht physisch, aber mal so juristisch oder wie auch immer. Du, Kopper, an so Leute kommst du nicht ran. Und das sind aber auch Leute, die die Welt kaputt machen. Ich finde nicht, dass ein Musk die Welt besser macht, nur weil er noch eine Rakete auf den Mond schießt. Was du mit dem Geld auch machen könntest, was du mit dem Geld anfangen könntest. Also, du könntest mit 300 Milliarden, wenn du wirklich morgens mal aufstehst und sagst, okay, jetzt so ein bisschen Bill Gates Stiftung mäßig. Ich versuche wirklich, was Sinnvolles damit zu machen und nicht irgendwelche Unternehmen einzukaufen und zu zeigen, dass ich so einen krass harten, großen Penis habe. Also, hattest du eigentlich RTL-Frei-Schnauzenmarkt geguckt, dieses neue Impro-Format, Improvisationstheater? Nee. Hast du auch nichts verpasst, nächstes Thema. Ich hätte noch Jürgen Drews. Och, guck. Ja, Jürgen Drews, genau, mit einer Polyneuropathie, glaube ich. Nervenkrankheit? Ja. Ja. Na, schau. Genau. Da hätte ich jetzt Christian Lindner entgegengesetzt. Hat der auch noch Nervenkrankheit? Ja, die hat er gerade geheiratet. Nein. Bitte! Also, wenn es heute kein Schütz ist, mehr können wir nicht machen, Jürgen. Was haben wir noch? Was? Wen können wir noch beleidigen, diffamieren? Also, irgendwas finden wir noch, oder? Also, ich glaube, wer hat beleidigt und diffamiert als irgendwie so viel LOBI können wir gar nicht ausballern? Jürgen Drews finde ich unfassbar sympathisch. Ich finde, das ist ein toller Typ. Der hat ja auch alles mitgemacht so und, ja, das ist... Er wollte Musik gar nicht machen. Er wollte diese Musik gar nicht machen. Ja, das stimmt, genau. Aber hat es gut hingekriegt und ist, glaube ich, auch ein wirklich sehr freundlicher... Eine Freundin von mir hat mit ihm mal was gedreht, ein Video mit irgendeinem fürchterlichen Song. Ähm, wie sagt ein so zuvorkommender Mensch? Also, das sieht man ja auch oder merkt man ja auch. Der war bei den Les Humphreys Singers, oder? Äh, das stimmt. Der war bei den Les Humphreys Singers, einer der Singer. Äh, genau. Mexiko, Mexiko, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexiko. Aber... Damals gab es ja, äh, gab es ja, äh, 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 so, so Rotkreuz-Platten. Also, da ging ein, eine Mack ging dann ans Rotkreuz und da waren die Les Humphreys immer mit dabei, zum Beispiel. Und ich habe mal einen Bericht über die Les Humphreys gesehen und da hat der Christopher Jim, das war der Gitarrist von den Les Humphreys, da hat der, äh, gefragt, äh, also haben sie halt gesagt, ne, es war ja viel Glück und was für ihn Glück bedeutet. Und da sagt er, Glück ist, äh, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ah. Ja. War er derjenige, der den Satz als erstes gebracht hat? Weil du hast den, glaube ich... Ich habe ihn mal, äh, ich habe ihn dann mal in so ein Video verwurstet, genau. Ja, also, ich habe ihn bei ihm zumindest gehört. Ich glaube, der hat ihn damals spontan gesagt. Wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, das ist gar nicht verkehrt. Du musst auf jeden Fall vorbereitet sein und dann guckst du halt, ob irgendwann die Gelegenheit kommt. Und da hat Jürgen Drews angefangen und dann war ja, glaube ich, ein Bett im Kornfeld, ne? Und dann ging es, ich glaube, Bett im Kornfeld, das, das konnte auch keiner, das ist so ein bisschen Leilas. Wo du sagst, das kannst du, nimmst du natürlich mit, aber kannst du ja gar nicht als junger Künstler, wo du sagst, was passiert denn jetzt, was passiert denn jetzt? Also, ein Bett im Kornfeld ist ja raketenartig, hat den ja in Sphären geschossen, die ja völlig, also fast von absurd waren. Aber er hat es halt auch gut gemacht. Er war ja auch, er ist ja heute auch noch sexy, finde ich. Der ist bestimmt ein gut aussehender Typ. Er ist 78, 78 und bewegt sich, wo du sagst, also, wirklich ein heißer Typ, der jetzt einfach sagt, ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich möchte jetzt einfach, und Corona hat scheinbar eben gezeigt, dass es irgendwie, dass es auch okay ist, nicht 300 Tage im Jahr auf Tour zu sein und daheim zu sein bei Frau und Kind. Naja, und so eine Nervenkrankheit, da sterben die Nerven Stück für Stück ab. Also, da kannst du halt irgendwann nicht mehr laufen oder so, oder es wird halt schwerer. Naja, mit 80 kommen halt so Sachen vermutlich, also insofern. Beziehungsweise lobe ich mir da auch, und das sind einfach Jungs, die ihren eigenen Weg gehen, Stefan Raab. Ich habe letztens bei TikTok nochmal ein Video gesehen von Stefan Raab. Das war in jungen Jahren. Da musste er vielleicht echt so, lass es Ende 30 gewesen sein, maximal Anfang 40. Bei einem seiner wenigen ernsthaften Interviews gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, mit 50 noch Fernsehen zu machen. Okay, aber der ist jetzt mal 50, oder? Aber er ist ja nicht mehr im Fernsehen. Ja, das stimmt. Und er hat wirklich für sich gesagt, das ist einfach mein Ding, meine Einstellung, meine Meinung, aber ich kann mit 50 kein Fernsehen mehr machen. Wo du sagst, guck doch, und meine andere machen das ja auch, aber er hat da keinen, und er ist auch nie, und das wäre ja, alle warten ja darauf. Das ist ja bei jedem, bei Mersk, Zingers und bei allem, was passiert im Fernsehen, hofft man immer, irgendwann kommt der Raab um die Ecke. Aber er hat gesagt, er ist raus, macht nur noch Produzent. Aber ich verstehe das, weil ich habe das mit, tatsächlich, ich habe früher sehr oft Baseballcap getragen und lange Zeit auch die, mit dem Schirm, den man hier so hat, nach hinten, dass der Schirm so hinten war. Und ich habe echt irgendwann gemerkt, als ich auf die 40 zuging, da mit 40, ich kann keine Baseballcap mehr rückwärts tragen. Ich kann es nicht. Es machen Jungs, es ist super, viel Spaß. Aber ich kann, ich kann keine, mit 40 kann ich keine Baseballcap mehr rückwärts tragen. Und sagen, pass nicht, ich fühle es, es geht nicht. Ich finde es total desperate und, hey, Kids, es geht, jo, jo, jo. Jo, ja, ich bin 40, aber hey, schau doch, Planet, was geht. Ey, lass mal durch sein, okay, jo. Aber das hilft mich jetzt. Ey, hast du die neue Platte von Eminem gehört? Jo, 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 ja, lass mal, okay, lass mal. Seid ihr morgen auch auf dem... Das hätte mich jetzt aber überzeugt. Aber als ich 20 war, fand ich das immer ganz schlimm, wenn so die 40er dann angefangen haben zu sagen, hey, jo, jo, jo. So, das Ding, 40 ist das neue 20. Und wer ja auch aus den Medien ganz ausgestiegen ist, was ich sehr, sehr bedauerlich finde, alleine wegen des Tatorts, ist Nora Tschirner. Und Nora Tschirner macht jetzt, die war ja depressiv, also hatte Depressionen und hat gesagt, dieses ganze Business hat sie angekotzt, sie will da nie wieder hin. Und Nora Tschirner ist eine wunder, wunderbare Schauspielerin, wie ich finde, dieser Tatort mit Christian Ulmen hat mir immer wunderbar gefallen. Das war so ein schön skurriler Tatort. Und die macht jetzt irgendwas mit Hunden, Hundedressur oder so, oder Hunde und sowas. Komplett raus. Die ist komplett raus, ja. Sie sagt, also mag sein, dass sie da immer noch mal vielleicht so Gastgeschichten macht oder was einspricht, aber sie sagt, nee, sie will das nicht mehr. Das ist echt ein blödes Business und da hat sie keine Lust mehr drauf. Und eine sehr, sehr, sehr attraktive Frau. Also jetzt keine klassische Schönheit, aber mit sehr viel Sexappeal. Also was sehr, was sehr, was sehr untersterblich. Klug vor allem. Also klug, stark, emanzipiert, Sex, oder? Da hat es bei mir komplett, naja, sei es wie. Ja, also sehr toll. Und ich lese im Übrigen gerade das Buch von Kurt Krömer. Ich habe mich ja lange, also nicht geweigert, aber ich dachte, naja, ich habe ja auch so meine Melancholischen und dann dachte ich, ich gucke mal, wie es anderen so geht. Und ich, den Kurt Krömer, spannenderweise gab es so ein paar, also ich gucke ja immer Shea Krömer und es gab so ein paar Shea Krömer-Folgen, die fand ich scheiße, also die fand ich irgendwie doof. Und da erzählt er jetzt gerade von, es waren tatsächlich die, die hat er zwischen zwei Klinikaufenthalten gedreht. Und die fand er selbst auch nicht so toll, unter anderem mit Boris Palmer. Da dachte ich auch, ach Krömer, nee, da bist du nicht. Aber da war er halt wirklich auch sehr, sehr schräg drauf. Und also spannend, dass das tatsächlich, also mir so aufgefallen ist. Und ich mag ihn schon sehr. Und wie er da schreibt, das traut man ihm alles gar nicht. Ich hätte ihm das alles so gar nicht zugetraut. Sehr toll. Und ich hätte dem Buch niemals zugetraut, dass es so bombastisch erfolgreich ist. Also hätte mich Kurt Krömer, ja, zu Recht, aber hätte mich Kurt Krömer abends in der Kneipe gefragt, hier hören wir was Hetzten davon, hätte ich gedacht, lass es bleiben, was willst du denn irgendwie, ist ja total absurd. Aber seit, glaube ich, 13 Wochen fast durchgängig, Platz 1, Spiegel, beste Liste. Es geht um Depressionen. Wie ist der Titel? Wie ist der Titel Depressionen oder nee? Ich glaube nicht alles, was du denkst. Ah, genau. Aber empfehlen wir das Buch? Also auf jeden Fall. Man erfährt, er ist ja ein interessanter Typ. Alexander, oh, der Nachname, der fällt mir nicht ein, irgendwas osteuropäisches. Also irgendwas sowas. Ja, weiß ich jetzt nicht. Kurt Krömer ist Künstlername. Ist genau eine Kunstfigur. Und hat ja vier Kinder und drei davon leben bei ihm. Ah, okay. Ja, so alleinerziehender Papa sozusagen. Und er schreibt, also wenn man ihn liest, hört man ihn sprechen. Und das ist für mich immer eine... Nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt, weil es macht Spaß. Also es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Das Thema ist natürlich ein ernstes. Aber er schreibt es wirklich toll. Also es gefällt mir gut. Und man darf auch nicht vergessen, und er ist ja nicht der erste, Freunde, nehmt uns oder lasst uns die Depression ernst nehmen und nicht immer so abhaken als Verstimmung und jetzt stell dich nicht so an und guck mal, also du mit deinem Gehalt, sondern guck mal, du kannst den Leuten nicht in die Seele gucken und die ist teilweise auch aufgrund von Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, tiefsitzenden Erinnerungen. Also ich sag nur, der Sänger von Linken Park, bei dem man auch dachte, cooler Typ, hat seine, kann Mädels und Groupies und so und dann hat er drei Tage... Sag mal, wie der heißt. Äh, Chester irgendwas, Chester, Chester, Bennington. Weil es gibt auch einen Deutschen, von so einer deutschen Juniper, glaube ich, hießen die auch, oder Junipers, noch etwas. Ah, ähm, ja, 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 ähm... Auch ein tolles Buch im Übrigen, das habe ich... Jupiter, Jupiter Jones, glaube ich, hießen die. Jupiter Jones, genau. Und der hatte auch schwere Angstzustände. Genau, auf dem Höhepunkt des Erfolgs ist er ausgestiegen. Und hat auch ein tolles Buch darüber geschrieben, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, auch ein wirklich schönes Buch. Also da muss man echt aufpassen mit dem Thema Depression, dass man nicht sagt, der mit seinen Depressionen sagt... Also die Seele ist was, was ist schwer, das ist sehr schwer, das zu heilen. Also das ist, ähm, äh, das ist eine Menge Arbeit. Ich hätte jetzt aufgrund der Zeit, ähm, ich wollte, äh, ich hätte jetzt noch Boris Johnson und Dokumenta-Chefin. Das kann man in einem Atem zu, kann man das abarbeiten. Ist mir völlig egal. Ja. Ich bin ehrlich, also Antisemitismus ist scheiße. Ja. Keine Frage, Boris Johnson ist auch scheiße. Zu der Dokumenta habe ich überhaupt keinen. Das interessiert, glaube ich, 99 Prozent der Menschen nicht, weil die weder antisemitisch sind, noch sich für diesen Dokumenta-Quatsch interessieren. Kann ich einfach Boris Johnson-Chefin werden von der Dokumenta. Das wäre einfach... Auch schön. Du meinst aber Transgender. Ja, dass man das direkt abgehakt hat. Am besten noch mit einem türkischen, maurikanischen oder tunesischen Pass, dann haben wir das auch abgedeckt. Ach, ich will nicht. Perfekt. Danke. Und ich wollte, weil das hatte ich dir vorhin schon angeteasert, lieber Herr Dr. HC-CIO-Letschert, es gibt heute Abend, während jetzt gleich am 20. 07. Kurz nach... Oder kurz vor neun, je nachdem, wann ihr diesen Podcast seht oder hört. Bei YouTube kommt er wahrscheinlich gleich schon raus auf dem Abseitskanal und bei Spotify dann ein paar Momente später auf dem Schmetterlinge-Kanal. Es gibt aber heute Abend, beziehungsweise dann auch... Entschuldigung. Gib mir Pöhrchen. Hoppala, Pöhrchen. Hoppala. Hoppala. Der billige Wein hier. Nee, der lege Weingut Wagner. Herr Grubben. Hä? Ja, ja. Ja. Gibt es, und das könnt ihr wahrscheinlich auch in der Mediathek sehen, einen Film über, meine Damen und Herren, Christoph Schlingensief. Da bin ich sehr gespannt. Dafür werde ich heute ein bisschen länger wach bleiben. So sieht es aus, mein Freund. So schaut es aus. Wo läuft der? In der ARD. Und ich glaube, guckt bitte nochmal nach. Ich habe es vorhin in meiner Heißgipten-Kernsitz... Genau. Also, er läuft erstmal in der ARD, noch wahrscheinlich ein paar Tage auch in der Mediathek. Ich glaube, am 20.07. um... Je nachdem, wie man das jetzt hört, weil es euch nicht mehr so viel bringt. Ich glaube, kurz vor 11.22.50. Aber dann danach auch in der Mediathek. Ausführlicher Film. Christoph Schlingensief über sein Handeln und sein Werk. Und ich habe den Trailer gesehen, zwei Minuten. Unfucking fassbar spannender. Ach, wie schön. Wahnsinn. Wir fluten den Wolfgangsee. Ah, und wir haben es ausgemessen. Wenn so viele Tausende reingehen, dann erhebt er sich in zwei Meter. Hast du sein Buch gelesen? Im Himmel kann es gar nicht so schön sein. Ich nicht. Ich hatte es angefangen. Ich hatte es angefangen. Aber dann hat es mich Thema depressiv gemacht. Also, es war wirklich sehr... Also, er erzählt in dem Buch von seiner Krebserkrankung. wie es ist, wie es ist. Also, da musste... Ja, ja. Und sie erfasste ihn dann ja quasi auch bis zum Tod, sozusagen. Aber einfach ein wahnsinniger Typ. Einfach ein Kopf, ein Kreativer, ein Denker, der einfach genau... Also, einfach ein Aktionist und ein... Wie nennt sich das noch? Gibt es noch einen anderen Begriff für... Also, einfach ein Künstler durch und durch. Also, ich glaube, Aktionist trifft es ganz gut. Der einfach gemacht hat und wahnsinnig... Also, einfach ein toller Typ. Ja, seine Kunst war mir nicht immer ganz eingängig. Also, er hat ja das Kettensägen-Massaker gemacht. Einer seiner bekanntesten Filme. Ja, genau. Aber, ja. Ein toller Typ. Also, schlussendlich ein wirklich guter Typ. Muss man sagen. Große Inspiration. Und wirklich empfehlen, also, wenn ihr den heute dann entsprechend nicht mehr sehen könnt in der ARD, guckt es mal, checkt es mal in der Mediathek. Den gibt es da bestimmt noch ein, zwei Wochen. Christoph Schlingensief. Also, und vor allen Dingen, man hat vermeintlich ein bisschen Respekt vor ihm als Person und Künstler, weil es so ein bisschen, in Anführungsstrichen, abgehobene Kunst ist. Oder jetzt nichts, wo man sagt, die ist so schnell zugänglich. Aber es hatte immer irgendwie Sinn und Zweck. Er hatte immer irgendwas. Und er wollte einfach auch gerne... Er hat einfach gerne auch provoziert. Also, da waren Sachen dabei, wo man sagt, die siehst du erst mal und denkst, okay, ist das Kunst oder kann das weg? Es ist so ein bisschen... Es ist arg drüber. Aber dann, wenn er es erklärt, wenn du dich darauf einlässt, das ist so ein bisschen wie, wenn du ins Museum gehst und guckst dir ein Bild an, wo du sagst, ja, nee. Und dann lässt es ein bisschen wirken und schaust ein bisschen drauf. Ich denke, er ist halt einfach auch ein toller Typ. Also, seine Kunst ist mir nie so eingängig gewesen, da will ich ehrlich sein. Aber so abstrakte Geschichten sind auch nichts für mich, egal wer sie macht. Aber ich fand ihn immer imposant und ich fand, er hat was zu sagen gehabt, auch wenn man es nicht verstanden hat. Aber er hat es gesagt. Und das ist immer das Tolle, dass die Leute dann machen, auch wenn sie wissen, 90 Prozent finden das scheiße. Aber dann mache ich es gerade erst recht und das hat mir immer impulsiert. Es gab auch so einen Moment, da hatte er seine eigene Talkshow, ich glaube bei NTV oder sonst wo. Harald Schmidt war zu Gast. Oh je, oh je. Und dann steht er auf und geht hinter den Kulissen und der macht mich fertig von meinem eigenen Publikum. Da habe ich gar keine Chance gegen den Mann. Oh, der hat aber selbst auch mit Wassergläsern um sich geworfen und so oder anderen ins Gesicht geschüttet. Der hat ja, da war ja immer Randale, da war ja immer Bambule, wenn Christoph Schlingensie in irgendeiner Talkshow war. Also, und das finde ich schon cool, wenn Leute sowas machen. Man muss nicht cool finden, was sie machen, aber dass sie es machen, ist es für mich alles schon toll. So ist es. Unkonventionell im besten Sinne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ich glaube, das lieb auch damals im Kino, diese Doku, aber die werde ich mir auf jeden Fall, werde ich mir auf jeden Fall und Abend kredenzen. Ja, ja, diese Oper, ne, in Afrika wollte er. Ja, ja, das Opernhaus da gebaut. Ja, ja, also bin ich, bin ich mal sehr gespannt. Ja. Ja, mein Lieber, ich würde mal sagen, wir sind eine Minute vor einer Stunde, wobei ich schneide ja immer so die, das Vorgespräch noch ein bisschen weg, wenn es, aber ich glaube, diesmal war es gar nicht so schlimm. Immer bei den ersten 20 Minuten raus. Ja, ja, genau. Und die letzten 20 und was. Ja, genau. Und dazwischen lassen wir einen Veronika-Ferres-Film laufen. Veronika-Ferres. Oder Martin Semmelrocke. Ah, Martin Semmelrocke, oder wen finde ich noch so toll? Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Lindt, Lindt, Lindt. Hallo, Robert Schmetterlinge, auf dem Podcast der Politik kommt mehr. Viel Spaß, euer Martin. Ich habe eine Dermann-Karriere gemacht. Warum so schlicht denn? Ach, da ist wie. Ach, komm. Da unterhalten wir uns das nächste Mal drüber, mein Lieber. Und in diesem Sinne verabschiede ich jetzt dich und unser Publikum. Vielen, 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 vielen Dank, lieber Steffen Hertlein vom Abseits-Fußball-Podcast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Der, wie es dienstags immer läuft und auf Spotify und auf vielen anderen sowieso zu finden ist, jetzt wieder, nee, immer noch zu finden ist. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal meiner lieben, heißge Liebten, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, Mutter, einen schönen Gruß schicken, die das immer sieht, also die immer den Abseits-Podcast sich anguckt. Und auch dieses Format, das sie auch beim letzten Mal gefeiert hat. Also, Mom, liebe Grüße nach Neu-Isenburg. Also, da sage ich auch liebe Grüße. Meine Mutter guckt es, glaube ich, nicht, aber sie weiß auch gar nicht, dass ich das mache. Vielleicht muss ich ihr mal sagen. Also, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Liebe Grüße. Viel Spaß bei Christoph Schlingensief. Rito, bye bye. Tschüss. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letchert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letchert.net oder schreib an jo at letchert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Na ja.